Ach ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft mit mir, dem Tomcat, selbstverständlich, auf dem Kanal MokikoTV. Erstmal frühstücken, wir sind ja gerade frisch aus dem Fehl angekommen und dann nehmen wir uns mal die Ziegel auch mit und die Kartoffeln und schmeißen erstmal den ganzen Krempel hier rein. Eier, wir brauchen Eier. Nein, brauchen wir natürlich nicht, also von daher. Eiersalat! Oh, da kam sogar ein Hühnchen. Ja, lauf ruhig, lauf. Unser Hausküken gefangen. So, in der letzten Folge ist unser Riesenbaum gewachsen, was ich sehr gut finde, weil wir auch hier die Fichten wegkloppen müssen. Aber wir kriegen langsam keine Fichtensepplinge mehr, das ist schlecht. Das ist schlecht, wisst ihr das? Wobei, das ist eine echt schöne Tanne wieder geworden. Wir müssen uns... Es ist ja bald Weihnachten. Wir brauchen eine weihnachtliche Stimmung. Hm, woher kriegen wir jetzt farbige Wolle? Gut, Schafe haben wir ja irgendwo in der Nähe gehabt. Alter, guckt euch diese Tanne an. Die machen wir jetzt nackig. Dann ist Holz können wir sehr gut gebrauchen. So. Dann buddeln wir uns einfach mal hier den Stamm entlang hoch. Äh. Gut, mein Plan hat nicht funktioniert. Hab ich wohl ein bisschen geträumt. Aber das macht nichts. Wenn die Riesentanne richtig riesig wäre mit, äh, überall Gebüsch und Strüppzeug. Boah. Das wäre ein Mordsding. Wobei, so ist die ja schon richtig groß. Die nimmt gar kein Ende. Merkt ihr das? Doch, jetzt. Hohohoho. Guckt euch diese Aussicht an. Oh, jetzt muss ich mich mal kurz am Knie kratzen. Kennt ihr das, wenn irgendwas richtig dolle... Alter, Alter. Das ist das gut. So. Na denn. Ach, hier wächst ja auch noch. Genießen wir einen Moment diesen Ausblick. Zu den Bergen. Hm? Hm? Das ist eine echt schöne Gegend. Na gut. Holzen wir den ab, wenn wir den abgeholzt haben und die Sepplinge sollten wir eigentlich genug haben. Und holzen. De, le, le. De, le, de, 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 de. Nein. 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 Schiete. Das ist doch nicht wahr. Ey, hallo, Leute. Ich verzweifle hier nochmal. Ohne Scheiß. Und jetzt haben wir nicht mal... Also eine Steinspitzhacke möchte, äh, Axt möchte ich zumindest haben. Sonst hacken wir ja hier bis, bis Weihnachten. Wobei, wir hatten ja gerade das Thema Weihnachten. So, Lerndertaler mäßig. Oh Gott, dauert das lange. Ja, ja, so ist das. So ist das. So. Auf jeden Fall haben wir schon einen Seppling, glaube ich, bekommen. Und dass der so groß war. Echt schön. Oh, seht ihr den daneben? Oh. Der ist auch fast wie so ein Bau. Oh, das ist ja schön. Das ist schön, dass das funktioniert. Also die brauchen wirklich scheinbar Platz und... Und ausreichend Höhe. Gut, auch Höhe war ja sowieso im Weg, äh, frei. Hä, das erinnert mich jetzt auch gerade an eine Folge von einem anderen Let's Player, der, äh, meint, äh, auch welche zu züchten wollen, aber es nicht herkriegt und, äh, sich fragt halt warum. Tja, und falls ihr diese Folge gerade sieht, dann, ähm, probier es mal so, wie ich es gemacht habe, aus. Hoho. So ein Bäumchen auf dem Marktplatz oder so? Aber wir haben ja noch nicht mal einen. Das wäre das Traurige. Aber... Sepplinge! Wir haben Sepplinge. Neun Stück. Neun Stück. Das heißt, wir können zweimal acht bauen. Eins, zwei, drei, vier. Zack, zack, zack. Hier ist mal die ganzen Seen weg. Ja, wie schnell wir uns doch abbilden lassen, oder? Schafe. Da sind Schafe. Eins, zwei, drei, vier. Und eine Tanne machen wir so. Schwupp. Wir haben aber kein Eisen. Das ist schlicht. Zack. Zack. Und... Zack. Und... Ficht Nulls haben wir... Alter Falter. Fast zwei Stack. Der Rest wird da eh noch runterkommen. Ach, hier sind ja noch welche. Ja, da sinkt sie wieder. Also ich muss ja sagen, die großen, die lassen ganz schön welche ab. So. Wir waren... Wo waren wir? Genau, wir haben die Treppe gebaut. Und hier wollten wir... Hatten wir einen Fehlbau gemacht. Genau. Und jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir es am besten machen. Machen wir das alles in Grau? Aber das ist ja zu grau, oder? Alles in Grau. Das ist ja grau in Grau. Oder machen wir dort... Solche Steine oben? Bock, 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 bock. Nee, das sieht auch nicht aus. Das sehe ich jetzt schon. Nee. Nee, nee. Das ist gar nicht hübsch. Vermutlich muss ich das Haus doch mit Wolle bauen, weil Leben haben wir ja nicht. Was ja schade ist. Plopp. Oh, ey, das ist ein Baum, ey. Gut. Freunde, ich weiß, was wir machen. Wir werden jetzt von dann entziehen. In der Hoffnung... ...dass wir nicht sterben. Hm. Ihr bleibt hier. A Haushuhn? Was braucht man alles nicht? Alles nicht. Nicht, 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 nicht. Lassen wir hier. Nee, die nehmen wir mit. Die kann weg. Kann weg, 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 weg. Weg, weg. Mensch, die Kohle wollte ich doch behalten. Und... ...32 Bretter behalte ich auch. Die Werkbank. Ein paar Sticks. Essen. Essen haben wir eigentlich genug. 33 müssen reichen. Nehmen wir hier noch ein paar Kohle mit. Dann haben wir 10 Kohle. Können wir uns ein paar Fackeln bauen. Schwert haben wir. Eine Axt, eine Axt, eine Axt, eine Axt, eine Axt, eine Axt. 1, 2, 3. 1. Doch, so machen wir das. Zack, zack. 1, 2, 3. Und zack, zack, hoch Zack, zack, zack Denn wir wollen ja auch was wegschaufeln Und zwar eine Menge Dann sollten wir uns doch lieber noch einen mitnehmen Und es wird schon dunkel Na gut, dann machen wir jetzt hier noch die Schaufel Und dann können wir direkt los Sobald Wir ausgeschlafen sind Dann snacken wir jetzt noch, weil wir haben gar kein Essen Na gut, dann hocken wir uns hier in der Ecke Und kauen wir uns vor Du sollst hier nicht schlachten, Junge Geh lieber ins Bett So Gute Nacht Ach ja Ach ja, frisch aufgestanden Und auf geht's zur Reise Ja, der morgendliche Huster Wir brauchen natürlich den Sattel Sattel Zack Du bist der mit den dreien Dich wollen wir nicht Wir wollen dich Und wir wollen dich reiten Wollt ihr mit? Wollt ihr mit? Wollt ihr mit? Ne Tut mir leid, Jungs Ihr könnt nicht mit So Tja Wie markieren wir uns das hier? Wir reiten einfach in Die Richtung Tschüss Dorf Wie auch immer du heißen magst Seht ihr? Wir haben immer noch keinen Namen Ah, hier sind Birken Birken Ab hoch in den Schnee Hoch Sehen wir hier schon was? Da haben wir Granit Den anderen Die anderen drei Steinsarten Tja Freunde Hier sind überall Fichten Was meint ihr? Wo reiten wir hin? Ach ja, hier ist unsere Unser Steinbruch Und hier sind auch Hoppelhäschen Dürfen uns nur nicht verlaufen Wartet mal Unser Dorf ist Wir gehen jetzt gerade in In welche Richtung Gucken wir denn? Wo steht's denn? East East Wir laufen in East Das heißt Unser Dorf ist im Westen Tja, das wird ja scheinbar Eine ganz spannende Reise Durch diesen Fichtenwald Ey, sind überall Fichten Ist euch das schon mal aufgefallen? Aua Aua Aua, das piekt doch im Gesicht Da haben wir schon Berge Aber kein Lö-Leben Le-Leben Aber hier will Leben Was? No. Oh, hier drunter scheint irgendwie eine Höhle zu sein. Pferdchen? Plenschmann. Ach ja, die schöne Lehm-Sammelreihe. Wenn wir wenigstens... Ah, jetzt muss ich gerade überlegen, ist es ein Lehm-Bio? Wird das abgebaut oder wird das mit der Schaufel da abgebaut? Das ist hier die Frage. So. Weiter. Tja, da könnt ihr noch so rumstöhnen. Pilze. Lehm. Aber nur... Hm. Ich hätte ja gerne ein Lehm-Biom. Das wäre viel cooler. Oh, da müssen wir uns halt mit dem hier zufrieden geben. Zumindest für den Anfang. Ja. 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 Du magst wahrscheinlich nicht. Du magst wahrscheinlich keinen nassen Füße. Aber das macht uns gar nichts. Denn ich mag auch keinen nassen Füße. Und muss hier drin rumwarten. Und warum? Weil unsere Schaufel kaputt gegangen ist. Warum? Damit ich euch einen Stall bauen kann. Irgendwann mal. Aber nicht jetzt. Aber nicht verraten. Ja. Es ist nur für euren Stall. Lass mich drauf. Komm weiter. Oh. Was haben wir hier? Lava. 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 Dreckiges Schwein. Kein Wunder. Am meisten Schweine sind dreckig. Lava. Lava. Back da. Tütüt. Hopp. Na. Wie? Bist du dick? Och. Fert. Lass mich durch. Ach komm schon. Zack. Zack. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Kies. Tja. Es ist ja eine sehr schöne Landschaft, So mit den ganzen Bergen und allem, aber... Oh, eine schöne Höhle. Eine schöne Höhle. Wir hätten wahrscheinlich doch noch irgendwie ein bisschen weiterlaufen sollen, bevor wir uns ein Dorf angefangen haben zu machen. Alter Falter. Ist ja eine echt schöne Gegend. Also, falls wir mal... Nein, nicht runterspringen. Falls wir mal Kies brauchen. Oh, 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 oh. Hier bleiben. Und wir haben kein Bett. Oh, nein. Na gut, wir umkreisen einfach hier diesen Berg. Ich glaube nicht, dass in der Nähe jetzt hier so schnell... Wie kommen wir hier runter, ohne zu sterben? Oh, fuck. Äh, verdammt meine ich natürlich. Schiete, wie kommen wir hier runter? Oh nein, wo sind wir denn hochgekommen? Oh. Alter Schwede. Ich will doch noch nicht sterben. Ich bin doch viel zu jung. Hä? Hier? Ne. Aua. Ach du Gott. Ach du grüne Neune. Ich weiß nicht, wo wir hochgekommen sind. Doch, wir sind hier hoch. Und dann hier, oder wie? Ne, Mann. Von hier sind wir nicht gekommen. Von wo sind wir denn gekommen, Leute? Wisst ihr das? Ey, wir sind doch hier hochgesprungen. Aua. Wieder runter. Sehr schön. Tja, gut. Also ein Lehm-Biome ist hier definitiv nicht in der Nähe. Weil hier sind überall Wälder. Und die Lehm-Biome sind wohl, soweit ich das weiß, in eben Gebieten, wo Wüste ist. Wüste haben wir ja auch nicht. Vielleicht haben wir da hinten auf dem Berg. Gucken, in welcher Richtung wir gerade sind. Richtung Westen. Jo. Kies. Alter, was ist denn hier los? Richtige Kies-Berge. Hohohohohohohohohoho. Also, ähm. Wegesprobleme haben wir definitiv nicht demnächst. Tja, dann reiten wir mal wieder zurück. Und hoffentlich kommen wir noch pünktlich an. Wir hätten uns auch ein Bett mitnehmen sollen. Komm schon, zieh. Ah, hier ist die Blumenwiese. Hier haben wir auf jeden Fall dann Farben, das ist sehr schön. Ein paar. Ich glaube hier sind wir auch irgendwo gespawnt, oder? Ja, genau. Genau, hier können wir dann pflücken, bis uns die Hände bluten. Dann können wir wenigstens farbigen Leben machen. Okay, und jetzt komm schon, gib Gas. Gas unten rechts. Gibt's nicht. Nein, jetzt hängen wir hier an so einem blöden Baum fest. Zack. Hot, hotty, mach. Beil dich. Hopp. Ja. Oh nein, da ist schon einer. Nein, was tun wir? Wir laufen einfach dran vorbei. Du hast uns nicht gesehen. Du hast uns nicht gesehen. Du lü, du lü, du lü. Der hat uns wirklich nicht gesehen. Du auch nicht. Du siehst uns nicht. Tür zu. Und bis zum nächsten Mal. Haut herein. Und bis zum nächsten Mal. Okay. يع